Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Max Otte. Ich bin seit mehr als 40 Jahren an der Börse. Ich bin Value Investor und ich bin Gründer und Chief Investment Officer der PI, Privatinvestor Kapitalanlage GmbH. Wir haben drei Publikumsfonds und mehrere Spezialfonds für institutionelle Mandanten. Vor zwei Jahren habe ich die komplette Entscheidung als Chief Investment Officer wieder übernommen und jetzt möchte ich mit Ihnen auf diese zwei Jahre schauen und auch in die Zukunft schauen und Ihnen einige Investment Ideen vorstellen. Viel Spaß dabei. Also wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann haben wir ungefähr vor zwei Jahren die Umstellung der Portfolios abgeschlossen und jetzt sind zwei Jahre vergangen und insgesamt war die Gesamtperformance bei über 40%. Und der größte Wertbeitrag, also wir haben verschiedene Säulen dann in den Portfolios, Liquidität, Edelmetalle und Minen, Big Tech, also Microsoft, Amazon, Apple und so weiter. Wir haben Konsumgüter und Markenartikler, Energie und Rohstoffe, sonstige Mittelständler und wir haben eine große Position seit über einem Jahr in Berkshire Hathaway, der Holding von Warren Buffett. Und ich habe vor einem Jahr auch ein ausführliches Webinar zur Bewertung von Berkshire gemacht und auch gesagt, warum dies die größte Position für uns ist. Ja, wenn wir uns das anschauen, Big Tech hat sehr gut performt. Wir sind in der Gewichtung runter in den zwei Jahren, das heißt, wir haben da etwas abgebaut. Wir haben einerseits natürlich Kursbewegungen von 40, 50 Prozent zum Teil und haben aber diese Kursbewegung teilweise realisiert, aber wir bleiben bei Big Tech investiert. Dann die Mittelständler und die Sonstigen haben einen guten Performance-Beitrag gehabt und auch Berkshire sowie Energie und Rohstoffe. Und heute möchte ich dann mit Ihnen vor allem über drei Investment-Ideen aus dem Portfolio sprechen. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wie es seit Jahresanfang gelaufen ist, Big Tech nach wie vor ganz gut gelaufen, die Mittelständler auch und Berkshire ist sehr gut gelaufen. Insgesamt macht das auf das Halbjahr eine Performance von 10,3 Prozent. Die Börsen sind aktuell teuer. Der Aufschwung geht schon seit zwei Jahren. Das wissen wir auch und deswegen werden wir vorsichtiger. Wenn Sie hier schauen, die zehn größten Unternehmen des S&P 500 haben Rekordkursgewinnverhältnisse, sind also so teuer wie seit 1990 nicht und eigentlich so teuer wie noch nie. Also vor vier Jahren war das auch schon so, aber da hat sich nichts geändert. Auch die anderen Unternehmen des S&P 500 sind relativ teuer. Zwar nicht mehr ganz so teuer wie 2020, aber immer noch am oberen Rand. Das heißt, eigentlich wird es schwerer, gute Investments zu finden. Die nächsten ein, zwei Jahre dürften schwieriger werden. Auch der sogenannte Buffett-Indikator zeigt, dass wir in relativ hohen Bewertungsniveaus schweben. Der steht bei 200 Prozent und was sagt der Buffett-Indikator? Er nimmt den Marktwert aller Aktien eines Marktes, also die Marktkapitalisierung zum Beispiel des US-Marktes. Das ist eine Bewertungsgröße. Also wie viel sind diese Aktien zusammen zu diesem Zeitpunkt wert? Wie viel ist der Markt wert? Was wird am Markt für alle Aktien dieses Landes bezahlt? Und er teilt das durch eine reale Größe, nämlich das Bruttoinlandsprodukt dieses Marktes. Und da sind wir bei 200 Prozent, ein Faktor von zwei. Wir waren seit 2003, wir waren mal bei 100 Prozent. Wir waren dann nach der Finanzkrise auch bei 50 Prozent. Das war billig. Also wenn Sie es so wollen, ist es das vierfache Bewertungsniveau von der Zeit nach dem Crash, nach der Finanzkrise. Und das ist viel. Auch hier sehen wir es, es wird schwieriger, gute Aktien zu finden. Warum wir dennoch zuversichtlich sind, dazu gleich mehr. Und eben auch einige Investmentideen. Unser erstes Investment, Citigroup, ist in den Fonds drin und Sie werden sich vielleicht wundern. Also die Citigroup ist eine globale Bank mit 66 Milliarden Dollar Umsatz, mit einem Gewinn von 9 Milliarden Dollar, 8,6 Prozent Eigenkapitalquote. Das ist relativ gut, 240.000 Mitarbeitern, aber auch geringem Wachstum von 0,9 Prozent pro Jahr im Umsatz. Und warum machen wir das? Denn eigentlich sieht es in der Bankbranche recht schlecht aus. Wir haben hohe regulatorische Auflagen. Also die Auflagen sind erdrückend. Ich kann das aus unserem eigenen Geschäft sagen. Wir sind zwei, jetzt drei Leute im Kerninvestment-Business und wir werden beaufsichtigt von fünf Leuten der Aufsichtsbehörden. Und so wirkt natürlich diese Regulatorik, wie wir es nennen, also die gesetzlichen Auflagen, wirken besonders schädlich auf Kleine, die natürlich die Kosten nicht so gut über eine große Breite verteilen können. Wir haben das bei uns ganz gut geregelt, aber im Bankensektor ist es nochmal anders, sodass also diese Auflagen da sind. Dann hatten wir eine lange Niedrigzinsphase. Das ist für Banken natürlich auch nicht gut. Da verdienen sie nicht an den Zinsmargen. Und wir haben viele neue Wettbewerber. Die Supermärkte geben zum Teil Geld aus, machen einfache Bankdienstleistungen. Wir haben E-Pay-Unternehmen, wir haben die Tech-Konzerne. Also es sieht nicht gut aus in der Bankenbranche. Und das sehen Sie auch hier im US-Bankensystem. Es geht dahin, dass die großen Banken Vorteile haben durch Skaleneffekte. Und sie können auch bessere Lobbyarbeit machen und sich damit besser vor Auflagen schützen. Wir konsolidieren dann. Noch in den 80er Jahren hatten wir 14.500 Banken in den USA. Jetzt sind wir schon nur noch bei 4.100. Gut, was die Filialen angeht, ist das erst seit 2010 im Rückgang. Aber auch da sehen wir einen Rückgang der Filialen. Und das wird sich wahrscheinlich beschleunigen, denn mittlerweile bieten, wie gesagt, auch Supermärkte Bankdienstleistungen an. Dennoch haben wir uns für eine Bank im Portfolio entschieden. Das ist ein untypisches Investment, aber die Citigroup haben wir hineingenommen. Und das hat folgende Gründe. Die Aktie gehört eben zu den Großen. Sie ist also auch Profiteur dieser Konsolidierung. Und wenn Sie jetzt auf die Kennzahlen schauen, bei der Eigenkapitalrendite, gut, ist sie ungefähr auf einem Niveau mit ihren Wettbewerbern Wells Fargo und Bank of America. JP Morgan als Marktführer liegt da etwas vor, aber die anderen drei Wettbewerber sind ungefähr auf dem Niveau von Citigroup. Die Gewinnmarge ist ungefähr so wie bei Wells Fargo, bei etwas über 25 Prozent. Bank of America und JP Morgan liegen darüber. Bei der Eigenkapitalquote liegt die Citigroup sogar ziemlich weit vorne. Also erstmal ein normaler Wettbewerber, vielleicht etwas in den Kennzahlen hinter den anderen, aber zweifelsohne eine der großen Banken in den USA, die von der Konsolidierung profitieren. Wenn wir jetzt schauen, es ist ein klassisches Value Investment. Zum Zeitpunkt, als wir investierten, war die Citigroup eben deutlich billiger als die Wettbewerber. Sie hat ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,5, Wells Fargo von fast 1,0, JP Morgan von 1,0 und Bank of America sogar von 1,3. Das heißt, die Citigroup war mehr als die Hälfte billiger als der Marktführer, JP Morgan und ein Drittel so teuer wie die Bank of America, wenn man nach der Kennzahl Kurs-Buchwert-Verhältnis geht. Und das war zusammen mit der Analyse, dass dieses Unternehmen eben auch von der Konsolidierung profitiert, ein Grund uns die Aktie näher anzuschauen. Und dann haben wir gesehen, dass dieses Unternehmen sich aus diversen Märkten im internationalen Privatkundengeschäft zurückzieht und sich auf die USA fokussiert. Also eine Fokussierung halten wir in dieser Zeit wachsender Unsicherheiten für gut. Das heißt, es werden Unternehmensteile abgestoßen und man behält vor allem die guten Unternehmensteile. Firmenkundengeschäft und Investmentbanking bleiben natürlich international und diese Geschäftsbereiche wachsen auch weiter. Letztes Argument. Warren Buffett hält 2,9 Prozent am Unternehmen. Und dann haben wir investiert und dieses Investment hat sich tatsächlich ausgezahlt. Wir stehen insgesamt mit der Position in 28 Prozent vorne. Wir würden wahrscheinlich jetzt nicht mehr investieren, weil das Unternehmen nicht mehr billig genug ist für uns, um ein Investment zu tätigen. Aber wir behalten es noch eine Weile, weil ein bisschen was schon noch gehen kann, bevor wir es veräußern. Die zweite Aktie, über die ich mit Ihnen sprechen will, ist Nvidia. Nvidia ist in aller Munde. Sie stellen die Chips her, die für die KI, die künstliche Intelligenz dringend benötigt werden. Es gibt einen regelrechten Hype um dieses Unternehmen und ich werde immer wieder von Investoren gefragt, sollte man nicht dort investieren. Das Unternehmen hat 26 Milliarden Dollar Umsatz, einen Gewinn von 4 Milliarden Dollar. 26.000 Mitarbeiter, also relativ klein, wenn Sie überlegen, die Citigroup hat über 300.000 und eine natürlich für Tech-Konzerne nicht ungewöhnlich hohe Eigenkapitalquote von 53 Prozent. Was an dem Unternehmen besticht, ist das Umsatzwachstum von über 20 Prozent in den letzten fünf Jahren und das pro Jahr. Das ist eine Menge und deswegen ist auch viel Fantasie im Kurs. Wir raten dort nicht zu investieren. Wir haben im Prinzip einen Kurs, der seit 2022 steil nach oben geht. Die Aktie hat sich seitdem mehr als versiebenfacht. Das ist sehr, sehr viel. Wir haben natürlich die KI-Revolution. Alle brauchen diese Chips. Das ist ein wahnsinniger Hype im Markt. Aber die Aktie hat auch ein Kursgewinnverhältnis von 73. Das ist sehr, sehr teuer. Es gibt auch keinerlei Insider-Käufe, sondern nur Verkäufe von Insidern. Das heißt, dass die Insider diese hohen Kurse nutzen, um Kasse zu machen. Wenn wir zehn Jahre zurückblicken, hat sich der Kurs sogar für 257-facht. Natürlich kann es so weitergehen, aber die Geschichte zeigt, dass irgendwann eine Trendumkehr folgt. Wenn wir das mit Microsoft vergleichen, dann sieht man, dass sich die Geschichte irgendwo wiederholt. Wir hatten vor dem Jahr 2000 die sogenannte New Economy, die Dotcom-Bubble, den Internet-Hype, den ersten Internet-Hype, das Web 1.0. Und Microsoft war zwar schon etabliert und war kein Internetunternehmen, aber natürlich auch online tätig und auch in dem Sektor tätig. Und auch die Bewertungen von Microsoft gingen sprunghaft nach oben. Der Kurs zog dann im Rahmen dieser Dotcom-Bubble, dieser Blase von, sagen wir, 96 bis 2000 massiv an. Auch da hat sich der Kurs verzehnfacht. Microsoft hatte in der Spitze ein KGV von 90 und wenn wir mal auf zehn Jahre schauen, dann hat sich die Aktie verzehnfacht. Nicht ganz so viel wie Nvidia, aber doch extrem. Und auch dann kam damals eine Trendumkehr. Wenn wir uns die Kurs-Gewinn-Verhältnisse beider Unternehmen übereinander legen, und zwar in der jeweiligen Hype-Phase, das heißt Microsoft 1999 bis 1999 und Nvidia 2015 bis 2024, dann sehen wir insgesamt eine parallele Entwicklung. Nvidia ist sicherlich volatiler, aber insgesamt steigen über zehn Jahre bei beiden Unternehmen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Wir fangen irgendwo bei 25 an. Bei Microsoft geht das relativ kontinuierlich. Wir waren dann im Jahr 1998, 1999 schon mal kurz vor 100 und im Jahr 2000 oder 1999 dann bei 90. Nvidia geht es etwas mehr rauf und runter, aber sie fangen beide bei circa 25 an. Für Wachstumsunternehmen durchaus ein angemessenes KGV. Und dann geht das etwas volatiler hin und her, zwischenzeitlich sogar mal ein KGV von 200 und jetzt auch so irgendwo bei 70, 80, 90. Das legt die Vermutung nahe, dass Nvidia eine lange Durststrecke vor sich haben könnte. Wann die einsetzt, kann ich Ihnen nicht sagen. Im Hype können verrückte Dinge passieren. Aber ich würde doch sehr sicher sein in der Aussage, dass sie Nvidia auf zehn Jahre Sicht nicht allzu viel Geld verdienen, weil da der Kurs der Börsenentwicklung vorausgelaufen ist. Und genau so war es bei Microsoft. Als die Dotcom-Blase platzte, haben sie 17 Jahre gebraucht, bis alte Kurshochs gesehen waren. Und das Unternehmen hat sie in der Zeit ja weiterentwickelt. Das heißt, es muss sehr viel Fantasie im Kurs gewesen sein. Und diese Fantasie wurde nach und nach über fast 20 Jahre, also 17 Jahre abgebaut. Und als das dann passiert war, 2015, 16, da setzte dann eine sehr beeindruckende Kursrallye ein, die 500% vom alten Hoch brachte, also vom Hoch im Jahr 2000 und über 1100% seit dem Tief. Und jetzt kam noch mal eine Rallye nach der Korrektur Ende 2022 und jetzt ist die Aktie noch mal um 25% gestiegen. Microsoft ist für uns ein Dauerinvestment, obwohl die Aktie jetzt auch relativ teuer ist mit einem Kursgewinnverhältnis von knapp 40. Aber Microsoft ist einer der Titanen der Technobranche und da bleiben wir auf jeden Fall als Dauerinvestment mit einer Position drin. Was ist passiert? Und was wird wahrscheinlich bei Nvidia passieren? Wahrscheinlich werden die KGVs wieder auf einem normalen Niveau schmelzen. So, und der Kurs einer Aktie ist Gewinn mal KGV. Bei Microsoft sind eben die Gewinne auch in den Jahren, als der Kurs stagnierte, weiter gestiegen. Immer weiter. Aber die Kursgewinnverhältnisse sind immer weiter gesunken, weil der Markt, die Investoren, wie man so schön sagt, das Interesse an dem Unternehmen verloren haben. Und ich habe 2013 dann zum ersten Mal deutlich gesagt, Microsoft ist wieder interessant und habe da viel Kritik geerntet und auch Unglauben, weil eben der Kurs sich lange nicht bewegt hatte. Gewinn mal Kursgewinnverhältnis ist Kurs. So, wenn eins steigt und das andere fällt, bewegt sich der Kurs nicht. Nicht, dass es passiert und so etwas ist meiner Meinung nach mit Nvidia wahrscheinlich, es könnte sogar eine Korrekturphase im Kurs eintreten, dass der Kurs auch abfällt, wie bei Microsoft hier, aber dann auch sich über lange Zeit das Kursgewinnverhältnis normalisiert. Was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem von KI profitieren, denn natürlich setzen auch Microsoft, Alphabet und Amazon KI massiv ein und profitieren auch davon, weil sie die jeweiligen Platzhirsche sind. Und so sind wir dann natürlich im KI-Boom dabei, ohne dann wirklich diese gehypten KI-Aktien zu haben. Das bringt uns auch zu einem kurzen Exkurs zum zweiten Investment, das ich Ihnen vorstelle. Das ist Alphabet. Die haben wir jetzt auch schon lange. Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google, aber auch von YouTube. Bewegt Bild wird immer wichtiger. Und das Unternehmen macht einen Umsatz von 300 Milliarden Dollar, hat 80 Milliarden Dollar Gewinn, eine Eigenkapitalquote von 70 Prozent und ist über die letzten fünf Jahre mit 17 Prozent pro Jahr gewachsen. Das ist sehr, sehr viel. Das beschäftigt 182.000 Mitarbeiter. Dieses Wachstum wird natürlich so nicht weitergehen. Das heißt, es muss auch auf eine angemessene Bewertung geachtet werden, aber die ist aus unserer Sicht noch durchaus angemessen. Deswegen ist es unser größtes Einzelinvestment im Sektor Big Tech. Das Werbegeschäft, also die Online-Suche, die Google-Suche, aber auch YouTube entwickeln sich sehr gut weiter. Und Alphabet hat zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte eine Dividende eingekündigt. Das ist auch dann sinnvoll, wenn der gesamte Cashflow nicht mehr ertragbringend reinvestiert werden kann, zu schnellem Wachstum. Wenn also, sagen wir mal, das Wachstum sich verlangsamt, dann fängt man natürlich an, an die Aktionäre auszuschütten. Das Cloud-Geschäft wächst weiter. Man hatte einige kleine Pannen im KI-Bereich. Das hat man bereinigt. Und man hat nach wie vor starke Margen. Also in Alphabet sind wir stark weiter mit dabei. Und wir haben seit dem Kauf 2019 Kursgewinne von 170%. Das bringt mich zu unserem dritten Investment. Berkshire Hathaway, der Holding von Warren Buffett. Umsatz ist 440 Milliarden Dollar. Der Gewinn ist fast 100 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote liegt für eine solche Holding sehr gut, bei 50%. Mitarbeiter in den verschiedenen Unternehmen 400.000. Und das Umsatzwachstum ist da, Berkshire, auch viele Industrieunternehmen, hält über die letzten fünf Jahre durchschnittlich 8% pro Jahr gewesen, was für uns durchaus ansehnlich ist. Also das ist nicht nichts. Im Gegenteil, die meisten Unternehmen wachsen mit einstelligen Zahlen oder auch weniger oder manchmal gar nicht oder schrumpfen auch. Also es muss ja Schrumpfung und Wachstum geben. Und selbst wenn das Wachstum jetzt nicht so massiv ist, kann das Unternehmen sehr interessant sein, wenn die Bewertung stimmt. Berkshire besteht aus eigentlich zwei Unternehmen. Einem Investmentportfolio, also den Aktien, die Berkshire hält. Das hat einen Wert von circa 400 Milliarden Dollar. Und das ist sehr konzentriert. Also die größte Position ist nach wie vor Apple und dann gibt es einige andere, einige Banken, Infrastrukturinvestments. Und Buffett hat am liebsten seine Aktienpositionen auf Dauer. Er verkauft sehr ungern, hat eine Langfriststrategie, so wie wir das auch machen. Das Unternehmen ist immer größer geworden. Berkshire und die Investitionsmöglichkeiten im Aktienmarkt wurden immer weniger. Buffett kann eigentlich nur 20, 30, 40 Milliarden auf einen Schlag investieren, damit es überhaupt bei der Größe des Unternehmens noch Unterschiede in der Performance macht. Und schon vor vielen Jahrzehnten hat Buffett angefangen, operative Unternehmen aufzukaufen, also klassische Holding und die dann zu betreiben bzw. betreiben zu lassen. Diese Unternehmen werden von Managern betrieben, die oftmals selber finanziell unabhängig sind und Spaß daran haben. Und sie wissen, dass Buffett ein langfristiger Eigentümer ist, der auf eine langfristige und nachhaltige Unternehmensentwicklung schaut. Und das sind dann 60 operative Unternehmen mit wie gesagt fast 400.000 Mitarbeitern. Fokus ist Versicherungen, Finanzen, Banken, Infrastruktur, Handel und Dienstleistung. Wenn wir das Unternehmen jetzt bewerten, dann würde Buffett, so hat er es in seinen Jahresberichten in den 1990er Jahren auch mal vorgerechnet, einerseits das Aktienportfolio bewerten, mehr oder weniger zum Buchwert, und dann einen Multiplikator, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf den operativen Gewinn der operativen Gesellschaft setzen und beide Unternehmensteile dann für die Bewertung der Aktie addieren. Und da kamen wir zum 28.03.2023. Da habe ich mein Berkshire-Webinar gehalten auf einen Wert von 610.000 Dollar und ein Potenzial zum damaligen Kurs von fast 30%. Aus diesem Grund habe ich in meinem Webinar damals gesagt, Berkshire ist die einzige oder ist die Aktie, ist meine Top-Empfehlung. Darauf würde ich das meiste Geld setzen und genauso haben wir es in den Fonds gemacht. Berkshire ist vielleicht nicht das Spannendste, vielleicht auch nicht die Aktie mit der explosivsten Entwicklung, aber die Aktie mit dem insgesamt besten Chance-Risiko-Verhältnis. Denn schon damals saß Buffett auf viel Liquidität und im Falle einer Korrektur hätte er diese Liquidität einsetzen können und billig weitere Aktien oder Unternehmen kaufen können. Berkshire ist somit auch eine quasi Call-Option auf den Markt. Also wenn er fällt, kann ich dann irgendwann davon ausgehen, dass Buffett sich weiter billig einkauft und den intrinsischen Wert der Aktie steigert. Wenn man das dann im Chart sieht, intrinsischer Wert und Aktienkurs, dann sieht man, dass eigentlich der intrinsische Wert berechnet nach der Methode, die ich eben erklärt habe, hier die grüne Linie, dem Kurs immer vorausgelaufen ist und vor gut einem Jahr hatten wir eben diese 30% Potenzial. So, mittlerweile hat sich Berkshire gut entwickelt, also die Aktie hat sich entwickelt, aber die Firma ist auch mehr wert geworden. Die Unternehmen verdienen mehr, es gab Umsatzwachstum und so weiter und wenn wir jetzt den neuen fairen Wert berechnen, liegt er nicht mehr bei 610.000 Dollar, sondern bei 700.000 Dollar. Und damit hat Berkshire immer noch ein Potenzial, zwar nur noch von ungefähr 14%, aber die Tatsache, dass Berkshire unterbewertet ist, dass wir auf schwierige Zeiten zulaufen, dass Buffett in schwierigen Zeiten sein Kapital einsetzen kann, führt dazu, dass es nach wie vor unsere größte Position ist. Und Buffett sitzt mittlerweile auf einem absoluten Rekordwert an Liquidität. Er hat 188 Milliarden Dollar an Kontoguthaben und Staatsanleihen oder auch Schatzanweisungen. Das ist in der Größenordnung noch nie da gewesen. Natürlich ist das Unternehmen im Laufe der Zeit auch immer größer geworden, sodass die Liquidität jetzt auch so stark angewachsen ist. Buffett macht das so, dass er, wenn die Märkte hoch bewertet sind, einfach den laufenden Cashflow nicht reinvestiert, sondern den einfach sich akkumulieren lässt und dann in der Krise zuschlägt. Und das sehen wir jetzt in einem der letzten Schaubilder. Sie sehen, und das Blaue, das Gebirge sozusagen, ist die Liquidität von Berkshire. Und die Skala dazu ist auf der linken Seite. Die war zum Beispiel 98, 99 hoch. Da war das Unternehmen natürlich viel, viel kleiner. Und dann sieht man nach 2000 hin, dass die Liquidität in die Krise hinein abgebaut wurde. Die Liquidität war auch wieder hoch, 2007. Da kam die Krise und dann hat Buffett investiert. Buffett hat damals auch einen Call gemacht. Er hat im Oktober 2008, ich erinnere mich genau, ist er in die Öffentlichkeit gegangen. Das macht er nur alle paar Jahrzehnte und hat gesagt, Aktien sind jetzt sehr billig. Ich vertraue der US-Wirtschaft. Dann war wieder viel Liquidität da 2020, 2021. Und im Corona-Crash ist diese Liquidität investiert worden. Und jetzt ist wieder viel Liquidität da. Wir machen das bei uns ganz genauso. Einmal halten wir hohe Positionen in Berkshire und freuen uns darauf, dass Buffett dann einen Teil unserer Arbeit erledigt. Und zum anderen halten wir auch relativ viele liquide Mittel und Edelmetalle. Im Max Otte Multiple Opportunities Fund sind das zusammen 40%. Im PI Vermögensbildungsfonds sind es immerhin 20%. Und im PI Global Value Fonds sind es 25%. Wir sind darauf vorbereitet. Wir warten geduldig, dass sich Marktkorrekturen ergeben werden. Das kann nächsten Monat sein, das kann in drei Monaten sein, das kann in einem Jahr sein. Buffett sagt sehr schön, you don't have to swing. Man muss nicht wie beim Baseball den Schläger führen, sondern man kann eben auch warten auf den perfekten Ball. Und das werden wir auch tun. Wir schauen, wo wir in aller Ruhe in der nächsten Korrektur die nächsten guten Investments machen und bereiten uns darauf natürlich vor. Das aber mit Augenmaß und Geduld und Sorgfalt. Und wenn Sie Fragen zu unserer Investmentstrategie haben, zu den Fonds, dann empfehle ich Ihnen Herrn Philipp Schäferhoff. Er ist seit zehn Jahren bei mir im Unternehmen. Er beantwortet Ihre Fragen gerne. Für heute bin ich Ihr Max Otte. Das Wetter ist pünktlich zum Sommeranfang schön geworden. Ich wünsche Ihnen eine gute Sommerzeit. Unseren Lesern werden wir natürlich regelmäßige Nachrichten bringen über das, was passiert an den Kapitalmärkten. Ihnen einen angenehmen Sommer, gute Investments und wir sehen uns. Ihr Max Otte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017